Hallo, ich bin Lukas Podolski. Ich bin heute hier, um die neue Duft-Kampagne für GoodBoss zu shooten. Hi, ich bin Sarah Podolski. Maskulinität bedeutet für mich, erfolgreich zu sein. Mein Erfolgsgeheimnis ist, diszipliniert zu sein, immer zu trainieren, hart zu trainieren. So kann man als Fußballer Erfolg haben. Erfolg für mich persönlich bedeutet zunächst mal, dass es mit der Mannschaft gut läuft. Die Meisterschaft zu gewinnen, das sind auch persönliche Erfolge. Ein Erfolgsgeheimnis ist, man sollte Spaß am Fußball haben, auch wenn es mal so gut läuft, weiter an sich arbeiten, an sich glauben und dann kommt der Erfolg automatisch wieder zurück. Mein bester Stylindtipp für die Männer ist, man sollte authentisch bleiben und auch nicht jedem Trend nachgehen. Jeder, glaube ich, sollte sich so anziehen und leiden, wie er es für richtig hält und wie es ihm gefällt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch bei der Wolfgang zu erwarten, wie es ihm gefällt. Wir sind die Erfolgsgeheimnis, wir sind die Erfolgsgeheim, wir sind die Erfolgsgeheim, die Erfolgsgeheim, was in der Zeit, auf die Zeit und in der Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020